Es ist zu weit wunderbare Weihnachtszeit. Jedes Jahr erwacht es wieder wohlbekanntes Weihnachtsfieber. Tannenduft und Kerzenschein können so gemütlich sein. In der Stube Nüsse knacken, Stollen und auch Kekse backen. Geschichten lesen, Basteleien finden nicht nur Kinder fein. Schnee fällt auf die Erde nieder und wir singen Weihnachtslieder. Ruhe und Bessinnlichkeit sind die Kraft in dieser Zeit. Weihnachtszeit von Birgit Weck